Willkommen zu einer neuen Folge von Spielbauch LPD mit Speck-Orbs heute mit dem Prinzen-Schnarrer Ja mit dem Speck-Orbs Bier und Speck passt gut zum Schnarrern und Tabu-Bahn ne Da 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 noch mal So Versuch Nummer 4 Genau Aber wisst ihr, dass wir an der ersten Mission auf höheren Schwierigkeitsgrad auch schon gescheitert werden? Ja, das glaube ich auch Durch die 10 Minuten Begrenzung Na gut, dann musst du mal uns erst noch einspielen Ja, aber trotzdem, ich glaube so viel besser wird das jetzt auch nicht machen Ich trage eine rote Arme, was denn das? Was denn das? Hey, wo bin ich? Ich bin zurückgelaufen Ja Ich habe nicht einmal mit dem Kreis gedreht Ups, da lacht ich dir mal weg, ich bin schon wieder grau, alter Ich habe jetzt eigentlich die Angehung, wenn ich auch weiter renne, dann wird es safe Aber ist nicht, dem ist nicht so Der da mit dem roten, das ist ein Snipert Ich sehe immer nichts Rotes, keine Ahnung Nein, so ein roter Strahl Von dem Snipert Achso, das ist aber nicht gut, wenn ein roter Strahl kommt, dann wird es nicht abgehen Naja Kennst du noch hier den von DSW? DSW? Ach, äh, ja Der hat auf Facebook jetzt so ein Bild gepostet, was in der Kirche stand, war so eine Aufschrift, an die Bläser, die noch keinen Ständer haben Äh, die Bläser, die können nach oben kommen, sich einen Ständer holen und sich einen unterholen Das war der Facebook mal, ja, ja, ja Ne, das hört sich an, als ob von rechts gehen, das schießt, aber ich sehe keine Ahnung Ja, ja, den habe ich gerade getötet So, jetzt habe ich zwei Hubsgerun werden Ups So, oben ein Typ auf dem Schiff ist down Ja, da kommen wir noch mehr Oh, oh Heise Was denn das schweig? Haha, ich wollte den Zug der vor mir in리- und vor mir ist umbringen und dann habe ich ihn erst mit rechts erwischt Ärrüst Ist ihm der irgendwie oben gestanden? Und rechts vor mir müssten noch zwei eigentlich sein Da hinten kommen welche zwei raus und einer ist oben auf dem Deck Zwei auf dem Deck Na noch schießen wir ja nicht Dankeschön Oh Gott, geht in Deckung, geht in Deckung Die auf dem Schiff sind da Einer ist noch auf dem Deck Rechts ist einer weg Oben auf dem Deck sind noch Es sind noch zwei wieder Unten kommt einer noch raus Ja, der ist wieder reingerannt Einer oben tot Einer ist aber noch da Zwei sind aber oben Einer staut Ganz rechts ist noch einer Ich glaube der Einer ist auch wieder hochgegangen Boah, jetzt hört der wieder nicht auf zu sprinten ey Es sind immer noch zwei Einer Null Einer Na der Tupac kommt doch hier noch Und wo muss man hier noch Granaten Uh, Tupac kommt noch Ja Alle, Tupac ist weg Zwei sind auf dem Deck noch Pass aber auf, wenn du links rein gehst Dann schießen die meisten Nämlich vor dir auch schon Das tun wir jetzt nicht mal so Ich habe keine Muni mehr Ach du Scheiße Na deshalb bin ich ja erstmal rumgelogen Sind die noch oben oder was? Ja, schießt mich gerade ab So, jetzt habe ich Munition Denen habe ich Der lauft hier über die Leichen Ja, der hat ja trotzdem den Schub genommen Jetzt habe ich die Waffe gewechselt Einer ist nach oben Schon wieder Ja, ich renne die auch mal hin und her Ich glaube jetzt ist er weiter links Ja, ne, ist wieder rechts Ich seh ihn, ich seh ihn Den Trooper ist sicher Der Trooper 2 oben Hä, wo ist denn der Trooper hin? Der Trooper war sonst immer am PC Ah, jetzt, der ist jetzt erstes Wohnen Okay, wenn er dich hat Wer hat Granate rein? Er geht zurück Er geht zum Männrichtlinie Oh, tipp Achtung, Granate Geh raus, geh raus, geh raus Ja, bin jetzt schon aus der Schusslinie Es dauert Ich lade nach Exekutieren Die A-Cover halte ich mal wieder Ach, gab gleich eine Haftgranate Also denk dann, rechts unten kannst du zum Md laufen Will trotzdem das Snipe bei werden Ah, da hinten Ah, ich weiß nicht, ich hatte mit roten Strahlen, ey Jaja Dann lass zusammen da hin, glaube Okay Aber lass erstmal hier die Jetzt bin ich schnell Ich gehe jetzt zum Md Vor allen Dingen sieht man den Und hier gerade Vielleicht mal eine Leckung Also es ist ja weh, der schießt auf mich, aber Ich kann die G-Type stauen Die G-Type stauen Ich bleibe jetzt noch hier, weil ich noch eben die G-Trippe fand Ah, der kommt, der Messer-Typ Der Messer-Typ kommt wieder rein Jaja, ich lade nach Scheiße Er ist down, er ist down Puh Jetzt Oh, schieß Jetzt rechts im Schiff Oben ist noch einer Über dir Er ist down Oh Ich seh nicht von wo Oh, ich muss Oh, scheiße Raketenwärme, alter Was hast denn du gemacht? Der hat mich, ich bin grau gewesen Der hat volle Kanne auf mich geschossen Der muss links auf dem Schiff Da oben auf dem Dach ist so ein Raketenwärme Er ist down, schön, 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 ja Kommt da irgendwie noch von rechts? Wir können nun nie mehr Scheiße Da Gartetenwärme Gehen Sie den nächsten Schiff rein? Oh, nein Oh, wieder ein Raketenwärme Ich bin dauernd Ich bin dauernd Oh, oh Ich weiß Aber jetzt nicht Oh Hat er dich auch? Nee Ich weiß jetzt nicht, wo er ist Der müsste auf dem großen Schiff links sein, ja dahinter Habe ich ihn erwischt? Ich glaube ja, Ena ist runtergefallen Aber Ena ist nachgefahren, ich wüsste nicht, ob das ja Raketenwärme ist, dass er bis nächstes MG-Schütze Hälfte down Ich weiß jetzt nicht, wie es zu dir kommt Rechts 3, komm, einer kommt rein Gleich Rote Schiff, achso, das ist mein Achso, ein Zeichen Dankeschön Oh, der kommt wieder zu Deine Computerstation noch Müsste gleich down sein, sein Helmetschen bekommen wir hier Was? Oh, 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 shit Er ist down, er ist down Ich bin auch down Ich glaube, damit habe ich dich um Längen wieder überholt beim Sternen Ich habe alle Granaten, die ich hatte, aufhin geworfen Ich habe nur Haftgranaten, ey Hey, hier sind gleich beide Ja, ja Dann ist doch das jetzt wieder vorbei, oder was? Wahrscheinlich schon Wahrscheinlich schon Oh, ne Oh, gut Wo kam er denn her? Keine Ahnung Oh, Wahnsinn Leute, das war's Ich dachte, wir müssen jetzt noch fliegen Bitte bedanke mich Ja, die Profis am Werk Stütze bedanke mich Tschüss Tschüss